Gibt's Zeit, komm, gibt's Zeit, komm! Rücken vor, Rücken vor, 30 Meter vor uns, linke Seite! Komm, jetzt, 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 jetzt! Moin Leute! Schön, dass ihr wieder eingeschaut habt zu einem weiteren Spielvideo. Das Material ist vom ersten 0,5 Joule-Only-Spieltag von The Hill. In diesem Spielvideo werdet ihr das Geschehen aus fünf Kameraperspektiven sehen. Der Spielmodus ist Black Hawk Down und wir sind die Verteidiger. Ich bin der Teamleader aller Verteidiger, da wir an dem Tag nur sehr wenige waren. Aus den Erfahrungen vom letzten Mal weise ich meinen Leuten die entsprechenden Positionen zu. Komm her, alles sammeln! Ein bisschen mehr Elan hier. Also, wenn wir uns die nur hier verteidigen, dann werden wir 30 Minuten nicht durchhalten können. Und zwar, du? Geh, hier vorne hin, hier, und halte, dass die dann nicht hochkommen können. Achso, hier doch nicht. Pass aber auf, bei Granaten, so weiter, zieh dich zurück. Wichtig ist, wenn die schon hier oben sind, das ist egal. Hauptsache, die können nicht in den Gang einschießen. Das ist deine Aufgabe, ja? Also, dass die hier... Einfach nur, deine, die jetzt, die schon da auffällt, oder hier vorne. Scheißegal, Hauptsache, die können nicht durch den Gang hier durchschießen. Ja? Wenn, wenn bei dir Kontakt ist, sofort schreien. Kommunizieren ist wichtig hier. Ja, ich weiß, was ich meine. Kommunizieren ist wichtig hier! Okay, Arnie? Komm mit. Ich will mal hier ohne Fahrrad hin. Was? 7 Minuten voll. Äh, mach, äh, Einzelfall, wenn möglich. Munition sparen. Okay. Du kannst es sonst nicht hier vorne hinstellen. Wichtig ist, dass sie ehrlich durchschießen können, ja? Arnie? Komm mit. Zur Info. Wir werden jetzt weit vorgehen, dann Stück für Stück zurückfallen. Wir verzögern. Wir sind gleich bei dir. Hier ist die erste dicke Verteidigung und die zweite ist in Raum. Genau, auf mein Kommando. Okay. Okay, Arnie? Du gehst jetzt zum ersten Treppenhaus, was gleich hier kommt. Und hältst, dass sie nicht durch dieses Treppenhaus durchkommen. Das ist hier. Du kannst dich hier vorne irgendwie hinstellen oder dich hier vorne. Ist es mir scheißegal. Hauptsache, die sind hier vorne. Okay? Nein, stell dir einfach hier vorne hin. Du kannst dich auch da vorne hinstellen. Die ist vorne da hinten. Die können aber die Etasche runterlaufen und dann hier hoch. Das ist es ja. Ja? Das ist deine Aufgabe. Die wird nicht lange sein. Ich, die beiden nach vorne. Und sag dir an. Du hast Funk, ne? Ja. Ich sag dir über Funk, wenn du Kontakt bist. Wenn du bei dir Kontakt hast, sag sofort Bescheid. Ich komme sofort zurück. Ich versuch dir ja ein bisschen aufzuhalten. Kleines bisschen nur. Ein paar Minuten, dann zieh ich mich zurück. Bis ich bei dir bin. Dann ziehst du dich zurück. Verschlagen das Vorgehen. Die Strategie, die wir verfolgen, ist verzögern. Die Angreifer haben 30 Minuten Zeit, den Raum einzunehmen. Dies müssen wir verhindern. Bleib mal ganz locker. Wir laufen jetzt gerade hoch zu spornen. Also gib uns noch zwei Minuten. Ich gehe sehr weit nach vorne, da ich weiß, dass die Gegner nicht darauf vorbereitet sind. Direkt am Anfang beschossen zu werden. Alles klar, wir sind soweit in Position. Gib das Startsegnal. Mach mal, du möchtest. Spielstart! Ich lasse sie noch etwas näher rankommen. Ich sehe Schatten an der Wand. Die Gegner sind nun hinter der Holzdeckung. Arne, mach deine Kamera an! Warum bin ich nicht ergriffen, Kollege? Komm her, komm her, komm her! Der kommt, der kommt! Drück auf die Kamera da. Oh, oh! Weißt du Schuh kennst? Ja, gedruckt halten. Ich glaube, die läuft. Läuft. Läuft sie? Wir müssen zurück, wir müssen raus hier. Wir sind schon, Vorsicht! Lauf, 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 lauf! Gebt Deckung, gebt Deckung! Lade! Gucken, dass ihr uns hier ein bisschen halten könnt. Wir können das aufpassen. Ein bisschen zurück, ein bisschen zurück. Ein Raum weiter nach hinten. Ich bin aufgerückt. 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 Hältst du das? Bleib hier, bleib hier. Sind schon relativ nah. 50 Meter. Hier, halt einfach. Bleib, einfach halten, weiter. Hinten durch, 60 Meter. Anni, einen Raum zurück. Jo. Hier, halten, hier, halten. Jetzt eingraben. Wo ist er? Die kommen bei dir rechts, ne? Unter dir sind sie. Rücken vor, Rücken vor, 30 Meter vor uns. Linke Seite. Leer. Ist gut, ich übernehme, ich übernehme. Rechte Seite Treppenhaus. 25 Meter. Von 30 Meter links. An dem Holz. 15 Meter vor uns. Vierter Raum von links. Anni, zurück in den Raum, in den Raum. Gut gemacht, gut gemacht. Ey, mach dich bereit mit dem Aufbruch. Fertig. Warum meine Dinger halt los da? Ah ne, Decken, Decken. Bereit? Ja. Decken, Decken. Decken. Okay. Okay, okay, okay. Ey, du bist im Treppenhaus. Komm her in die Ecke. Komm her in die Ecke. Gut. Lade. Warte, auf mein Zeichen kommst du hier rein. Okay, ne, schick. Komm, jetzt, 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 jetzt. Ey, hol mal Munition, Speedloader. 30 Meter links. Hier. Jo. Ja. Warte, warte, warte. Ja. Ja. Nein. Okay. Geht. Geht zum, geht zum Spawn, geht zum Spawn. Ja, komm her. Oh, geht. Ja. Ja. Zurück, 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 zurück. Ich stehe nicht schneller. Du fahrt, du fahrt. Du fahrt. Ey. Ja. Ey, komm her, ey. 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 Und durch viele Geländekennnisse wurden wir gestürmt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeig es nur mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video. Ciao.